Das Wetter war trüb, aber wenigstens trocken. So konnten die Besucherinnen und Besucher am Nikolaustag wenigstens ohne Schirm über den Nikolausmarkt im Tübinger Stadtteil Waldhäuser Ost schlendern. Und der Nikolaus war sogar auch da. So konnte sich der ein oder andere noch ein Geschenk ergattern. Und wer lieber etwas kaufen wollte, fand hier sicher etwas Passendes. Bis zum 9. Dezember findet der Nikolausmarkt noch statt, immer von 11 bis 20 Uhr.